Warum versammeln sich Menschen aus der ganzen Welt, um etwas über diese globale Geschäftsmöglichkeit zu erfahren? Dass Sie sicher auch wissen, dass immer wenn die Sonne aufgeht, 1,5 Milliarden Menschen mit chronischen Schmerzen aufwachen werden. Während weitere Milliarden häufige Probleme wie Kopfschmerzen, Verletzungen oder Krämpfe haben. Und genauso sicher wie die Sonne untergeht, werden Milliarden von Männern und Frauen versuchen, sich daran zu erinnern, wann sie begonnen haben, alt auszusehen. Und sich alt zu fühlen. Und sich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, etwas dagegen tun zu können. Und jeden Tag, überall auf der Welt, wenn die Sonne auf und untergeht, wachen Milliarden von Familien mit finanziellen Schmerzen auf und schlafen mit ihnen ein. Ein Schmerz, der so echt ist, dass sie Familien auseinanderbricht. Doch auf der ganzen Welt entdecken Menschen eine Firma und ein Produkt, die eine einfache Lösung anbietet. Es handelt sich um ein von der FDA gelistetes medizinisches Produkt der Klasse 1 mit dem Namen Power Strips. Es bietet Schmerzlinderung, sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes und Gefühls der Haut. Menschen aus allen Bereichen des Lebens entdecken die Vorteile von Power Strips und die finanzielle Freiheit, die sich durch diese einmalige Geschäftsgelegenheit ergibt. Und die Branche wird aufmerksam. Entwickelt von einem erstklassigen Wissenschaftler an einer renommierten Universität. Erhalten Sie dieses patentierte Produkt exklusiv nur über FG Express, einem neuen Tochterunternehmen, eines seit zehn Jahren an der Börse gehandelten Unternehmens, welches Ihnen ermöglicht, Ihre finanzielle Zukunft zu verbessern. Indem Sie ein Partner unserer globalen Geschäftsmöglichkeit werden, egal wo auf der Welt. Dieses hochwirksame Produkt wird mit einer schönen Grußkarte verschickt. An jeden Briefkasten auf diesem Planeten. Und wenn Power Strips zu einem Ihrer Teampartner oder Kunden geschickt wird, verdienen Sie Geld. Hören Sie, was Power Strips Nutzer erzählen. Ich wurde von meinem Freundin gefragt, ein Spiel von Hockey zu spielen. Und ich hatte nur noch einmal in meinem Leben, und ich warst und warnt, nicht zu gehen auf den Eis. Aber ich dachte, was der Schmerz ist, was der Schmerz kann passieren? Ich kann mich, mein butt wird der nächsten Tag, ich kann mich nicht mehr verletzen. Und ich dachte, ich werde viele Leute laugh, das wird viel Spaß machen. Ich bin ein 58-jähriger, in-great-shape-er Person. Und ich habe mich, mein Schmerz, in drei Plätze, in drei Plätze. Ich habe acht Pins in mein Ankle, jetzt. Aber ich habe mich immer wieder mit Stiffen und Pain. I could not absolutely walk from the bathroom to the bedroom. I mean, the pain was just so excruciatingly hurtful that you really couldn't even blow on the knee. I'm going to tell you, it was amazing. 24 hours a day, 7 days a week. I've had ongoing pain in the left side of my neck. It made sleeping very uncomfortable, not continuous hours of sleep at night usually. A lot of tossing and turning with my pillows. Radiating pain from the ball of my spine, I believe, out through the other parts of my back. You know, when you're in pain, you know, the only thing you want is relief. Muscle pain or a strain, all you want is relief. And you'll do almost anything for relief. Pain is an insidious process. It affects every aspect of your life. The quality of your sleep suffers. All the activities you do during the day suffer from work to your leisure activities to the time you spend with your children. It changes the way you see the world. It begins to change your personality. And those who care most about you, the people around you, your family, your friends, they are impacted dramatically. When Rick Basil contacted me and he said, you know, I think you should try these power strips because they're all natural. They're not a pill. They're not a prescription. And I think they can give you relief. And I said, I'm in. So I put it on that night. I put it right on my scar. And when I woke up the next morning, I can't even express to you how excited I was. I woke up and I went, oh my gosh, I don't have any more stiffness. It's gone. The pain relief was absolutely amazing. In one day. When I got the power strips, I put them on my legs, right above my knees. Within one hour, I was pain free. Now, I've lived with this for eight to ten years. It hurts going up and down stairs just day to day. I can't function the way I'd like to. Within an hour of taking this, the pain being gone, I actually ran upstairs when my wife called me and it dawned on me. There was no pain. And I placed the strip on my knee. I'm watching TV. And again, I don't know exactly when the pain subsided because it wasn't like an abrupt type situation. It was very, you know, it was very casual. And I noticed that for once, within two weeks, there was no pain. Talk about being a miraculous situation. I was totally blown away. I placed a power strip, the first one, on the actual pain. And the first day, I felt some relief. I wasn't real certain if it was a power strip or I was just lucky that day. However, I decided to put it on where I believe the pain originated from, which was on that ball on my spine, the second patch, which would be the third day. And the relief I felt at that point over that next 24-hour period was phenomenal. And as you can see, this wasn't even what I put the patch on for, but I can do this now. I'm happy. The patch works. My pain is gone. And when you look at this pain epidemic worldwide, 1.5 billion people suffer from pain on a daily basis. Sie haben gerade von Power Strips und ihrer bemerkenswerten Regenerationswirkung gehört. Und die Welt wird auch bald von den bahnbrechenden Vorteilen für eine gesunde, jugendlichere Haut hören. Hunderte Milliarden Dollar werden jährlich für Schmerztherapie und Hautpflege ausgegeben. FG Express setzt sie mitten in diese riesige finanzielle Gelegenheit mit einem Produkt zu einem Preis von 60 US-Dollar und 4,95 Dollar versandt in die ganze Welt. FG Express öffnete seine Türen im Jahr 2013 und sendet bereits Provisionen in über 140 Länder. Mit vielen Partnern, die bereits sechsstellige Einkommen verdienen. Unser Team hat die meisten der Top-Führungskräfte für FG Express hervorgebracht. Von den 108 besten Beratern, die einen Drei-Sterne-Rang und Höhe erreichten, sind 85 Mitglieder unseres Teams. Geben Sie Ihre beste E-Mail-Adresse ein und machen Sie eine Tour. Hören Sie von den Ärzten und Wissenschaftlern, die Power Strips entwickelten. Erfahren Sie, wie jede Woche Geld auf Ihr Konto fließen kann. Genau wie bei diesen Teampartnern und wie Sie die beste Unterstützung und Ausbildung sowie Zugang zu unserem mehrsprachigen Marketingsystem erhalten, in dem Sie sich unserem Team anschließen. Auf geht's! Machen Sie jetzt die Tour!